Beton ist ein deutsch-französisches Comic-Fansinn, deren erste Ausgabe 2013 veröffentlicht wurde. Wir sind Comiczeichnern aus Deutschland und Frankreich, aber auch aus Italien, aus Chile, aus den Vereinigten Staaten. Also uns ist das Herkunftsland nicht so wichtig. Hauptsache sind die Comics zweisprachig auf Deutsch und Französisch in Beton zu lesen. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr die verfügbaren Ausgaben gerne per E-Mail bestellen. Die Adresse befindet sich in der Videobeschreibung. Wir freuen uns, euch unsere Arbeiten zeigen zu können. Die Autoren von Beton könnt ihr auch bei anderen Verlagen finden, wie zum Beispiel bei Yaya Verlag, Deron dans l'eau, bei La Cafetière, Zwerchfell Verlag, Parallel Allee oder auch bei Avant Verlag. Musik Musik Vielen Dank.